Hi Freunde, Mordmann hier. Wenn du schon ein bisschen länger auf meinem Kanal unterwegs bist, dann kennst du wahrscheinlich das ein oder andere Jägerbild von mir. Ich habe mir eins rausgepickt und habe das nochmal deutlich verbessert. Es hat mit Schraubklingen zu tun, kurzer Spoiler, und ich möchte dir das Bild einmal komplett vorstellen. Ich muss sagen, es ist wirklich das Beste und es füllt sich am besten an von allen Bilds, die ich je gespielt habe. Der Schaden ist enorm, ihr seid gut movementlastig, ihr seid super tanky, also wirklich einen ausprobierenden Wert. Testet das Ganze einfach, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt. Wenn dir das Video gefällt, gib gerne einen Daumen nach oben, hast du noch Fragen oder Anregungen? Oder selber irgendwelche Vorschläge, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass doch gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Und zweitens, lass auch gerne ein Follow auf Twitch da, den Link findest du unten in der Beschreibung. Wenn du noch Mitspieler suchst, komm auch gerne auf meinen Discord, auch den Link findest du unten in der Beschreibung. Unter allen Kommentaren verlose ich einen 25 Euro Amazon-Gutschein, also nutze jetzt deine Chance und lass doch einen Kommentar da, der nochmal den Algorithmus ein bisschen beflügelt und weiteren Leuten mein Video vorschlägt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Bevor wir uns das Bild nun aber näher angucken, noch eine kleine Empfehlung meinerseits. Und zwar geht es um Holy Energy. Holy Energy ist eine Alternative zu normalen Getränken, die wir hier vom Rechner trinken. Und das Gute ist, das Ganze hat null Zucker, hat noch ein paar Vitamine dabei und schmeckt echt geil. Außerdem wird das Ganze in kleinen Tütenformen angeliefert. Also ihr könnt euch das Ganze schleppen von Wasserflaschen oder generell irgendwelchen Flaschen sparen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr holt euch ein Glas oder einen Shaker, macht da Leitungswasser rein, ein paar Eiswürfel, dann ist es richtig cool und schmeckt gleich umso besser. Macht hier eure kleines Tütchen auf oder holt aus einer größeren Dose ein bisschen Pulver raus. Packt es quasi in den Shaker, shakt das Ganze und könnt loslegen und genießen. Und das Beste, ich habe euch einen coolen Deal rausgehandelt. Das Probierpaket kostet nun mal 18,99 im Shop. Wenn ihr den Code Mottmann5 bei der ersten Bestellung angebt, könnt ihr das Ganze für 13,99 Euro testen. Kann ich auch jedem nur empfehlen, ist echt eine tolle Sache. Und ihr könnt die Versandkosten dabei sogar noch sparen. Wir gucken uns jetzt aber das Bild an. Zuallererst gucken wir uns den Fähigkeitsbaum an. Danach gehen wir etwas über das Paragon-System und ich erkläre, warum ich wie geskillt habe. Im Anschluss gucken wir uns die Items an und zuletzt gucken wir auch noch etwas Gameplay an. So, die erste Fähigkeit, die ich genommen habe, ist für mich eigentlich keine Alternative oder es gibt keine andere Alternative in einem Melee-Bild, ist Einstich. Werft eine Klinge über eine kurze Distanz und verursacht so nicht zu viel Schaden. Jeder dritte Einsatz verlangsamt Gegner um 2,25 Sekunden lang um 20% und kritische Treffer verlangsamt immer. Heißt, sie werden schon mal verlangsamt. Der erste Effekt erhalte zwei Energie, wenn Einstich einen Gegnerschaden zufügt, der unter Kontrollverlust-Effekten leidet. Wie zum Beispiel den Slow, was natürlich zusammenkombinierbar sehr, sehr stark ist. Und Einstich schleudert jetzt drei Klingen in einem Fächer, wobei jede 35% Basisschaden verursacht. Wenn ein Gegner mit mindestens zwei Klingen gleichzeitig getroffen wird, wird er zwei Sekunden lang verwundbar. Verwundbare Gegner erlangen 20% mehr Schaden und unser Bild spielt auch ein bisschen auf verwundbar. Deswegen, diese Fähigkeit ist tatsächlich die einzige Basisfähigkeit, die wir in diesem Bild spielen können. Kommen wir zum nächsten, die Schraubklingen. Das ist unser Main-Damage-Dealer. Spießt einen Gegner mit euren Klingen auf, verursacht 3500, also so und so viel Schaden und fügt ihm anschließend 8% mehr Schaden zu, solange er aufgespießt ist. Nach 1,5 Sekunden kehren die Klingen zu euch zurück, durchschlagende Gegner und vor so Ursachen so und so viel Schaden. Kombo-Punkte erhöhen den Schaden und verleihen einen Bonus auf Bewegungsgeschwindigkeit. Da seht ihr einmal generell, wie viel Schaden und dann gibt es nochmal 20, 40 und 60% Bonus, je nachdem, wie viel Kombo-Punkte wir verbrauchen. Dann haben wir Schraubklingen verursachen bei der Rückkehr 30% mehr Schaden gesgilt und den linken. Wenn eure Schraubklingen zurückkehren, werden eure aktiven Abklingzeiten um 0,1 Sekunden pro durchschlagenden Gegner reduziert, bis maximal 2 Sekunden. Das Ganze auch sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch passive Fähigkeiten mit, einmal den Stotterschritt, den habe ich diesmal auf 3 gesgilt. Wenn ihr bei Gegnern einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet ihr 4 Sekunden lang 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Unser Bild generell geht sehr auf kritische Treffer und daher sind wir quasi dauerhaft mit 15% Bewegungsgeschwindigkeit gesegnet, was ich ziemlich nice finde. Dann haben wir noch einmal C, ihr erhaltet 4% Schadendreduktion im Nahkampf und die Fähigkeit danach, heilt euch um 3% eures maximalen Lebens, 81, wenn ihr Gegner in der Nähe kritisch trefft. Also die passiven Fähigkeiten habe ich auch mitgenommen. Hier ein Punkt in den anderen beiden 3, was ziemlich, ziemlich nice ist. Kommen wir zum nächsten Bereich. Hier haben wir einmal Schattenschritt auf 1 gesgilt. Werdet unaufhaltsam, bewegt euch schnell durch die Schatten und stecht aus dem Hinterhalt auf einen Opfer ein, wodurch ihr so und so viel Schaden verursacht. Erhaltet danach 2 Sekunden lang 50% Bewegungsgeschwindigkeit, was auch wieder ordentlich Bewegungsgeschwindigkeit mitbringt und uns ein bisschen Movement gibt oder sehr viel. Gerade um für die Schraubkling Distanz aufzubauen, ein paar Gegner zwischen uns stehen zu haben und somit die Abklingzeit enorm zu reduzieren. Wenn ihr einen Gegner mit Schattenschritt Schaden zufügt, wird eure kritische Trefferschance gegen ihn 3 Sekunden lang um 8% erhöht, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Spielt natürlich mit dem Stotterschritt quasi in einer Hand, wenn wir kritten. Und hier kriegen wir natürlich kritische Trefferschance gegen die Gegner. Und Gegner, die durch Schattenschritt Schaden erleiden, sind 2,25 Sekunden lang betäubt, was auch sehr, sehr gut ist. So, dann haben wir noch geskillt einmal die Waffenbeherrschung, auch übertrieben wichtig, wenn ihr einen Dolch habt. 15% mehr Schaden gegen gesunde Gegner. Gesunde Gegner heißt Gegner, die mehr als 80% haben. Schwerter 9% mehr Schaden generell und Armbrüste mehr kritischer Trefferschaden. Die drei Waffentypen sind für uns sehr, sehr wichtig, deswegen habe ich die hier nochmal betont. Einen Bogen haben wir nicht in der Hand, deswegen fällt das für uns raus. Waffenbeherrschung aber grundsätzlich auf 3 geskillt. So, dann haben wir hier noch passive Effekte. Einmal Erschütterung, nachdem ihr einen Gegner zurückgestoßen oder niedergeschlagen habt, ist eure kritische Trefferschance gegen diesen Gegner 3 Sekunden lang um 12% erhöht. Jetzt ist die Frage, wie können wir niederschlagen, das machen wir mit der Fähigkeit hier unten. Wenn ihr einen kritischen Treffer gegen einen benommenen Gegner erzielt, wird er 0,5 Sekunden lang niedergeschlagen. Und die Abklingzeit von Entrinnen, kurz zum Zeigen, Entrinnen ist diese Fähigkeit hier, ja. Heißt auch Entrinnen, wenn ihr mit der Maus rüber geht, also dieses Springen, wird jeweils um 0,5 Sekunden reduziert, wenn ihr einen Gegner benommen macht, ja. Also hier einmal den benommenen Effekt und hier kommen wir aber gleich noch zu. So, dann haben wir hier einmal die Giftfalle geskillt im nächsten Baum. Giftfalle platziert eine Falle, die nach 1,25 Sekunden scharf wird, kommen Gegner ihr zu nah, aktiviert sie sich, führt Gegner im Verwirkungsbereich im Verlauf von 9 Sekunden so und so viel Schaden zu, was natürlich ein geiler Damage Boost für uns ist, aber noch wichtiger hier, Giftfalle schlägt Gegner bei Aktivierung so und so lange nieder, das ist hier für diesen Effekt ganz, ganz nice. Denn niedergeschlagene Gegner kriegen ja von uns erhöhte kritische Trefferschance, Trefferschaden, äh, eine erhöhte kritische Trefferschance, also wir kriegen die, eine erhöhte kritische Trefferschance von 12% und das Ganze spielt ja natürlich dann auch wieder auf den Stotterschritt ein. So, gehen wir nun weiter. Jetzt können wir eine von zwei Varianten skillen, ja. Wenn ihr oft unterwegs seid gegen Bossgegner, würde ich euch Giftinfusionen raten, ähm, ist nämlich eine Fähigkeit, er füllt eure Waffe mit tödlichem Gift, eure nächsten zwei Infusionsfähigkeiten, sprich, eure nächsten zwei Fähigkeiten, die ihr macht, ob es eine Kernfähigkeit ist oder eine Basisfähigkeit, äh, verursacht Giftschaden und fügt zusätzlich 144% ihres Basisschanes im Verlauf von 6 Sekunden zu. Heißt, es tickt nochmal ordentlich Giftamage drauf, ist gerade gegen Bosse und Gegner, die viel Leben haben, sehr, sehr gut zu merken. Oder wenn ihr eher in kleineren Massen, die AOE haben oder wo ihr AOE macht, rumlauft, könnt ihr auch Schatteninfusionen mitnehmen, erhüllt, äh, erfüllt eure Waffe mit schweren, schwerenden Schatten. Eure nächsten zwei Infusionsfähigkeiten verursachen Schattenschaden und infiziert Gegner 6 Sekunden lang. Infizierte Gegner explodieren beim Tod und fügen allen Gegner in der Nähe 1511 Schaden zu. Wenn die Infektion vor dem Tod des Gegners abläuft, fügt sie nur diesem Gegner 1511 Schaden zu. Heißt, wenn Gegner sterben, dieser Effekt drauf ist, platzen sie und das Ganze in so einer Art Kettenreaktion. Ist eigentlich auch ein ziemlich nicer Effekt, deswegen überlegt euch, Schatteninfusionen, wenn ihr eher gegen viele Gegner unterwegs seid, Giftinfusionen, wenn ihr eher gegen kleinere Gegner oder gegen Bossgegner unterwegs seid, ähm, ich finde, wir haben in dem Bild generell eh viel AOE durch die Schraubklingen, deswegen nehme ich da lieber die Giftinfusionen mit, ja. Wenn ihr die Infusionen mitnehmen, solltet ihr natürlich auch die passiven Effekte mitnehmen, bei Giftinfusionen, verbesserte Giftinfusionen, das ist ja sowieso, die Giftdauer von Giftinfusionen wird um eine Sekunde erhöht und den linken kritische Treffer mit Fertigkeit mit Giftinfusionen verursachen 75% mehr Giftschaden, kann ich auch auf jeden Fall 75% mehr Giftschaden, kann ich auch nur empfehlen. Wir sind ja eh sehr kritisch unterwegs mit diesem Bild, also mit kritischer Trefferrate und deswegen lohnt sich das Ganze hier auf jeden Fall mitzunehmen. Wenn wir hier die Schatteninfusionen spielen, auf jeden Fall die verbesserte Schatteninfusion, ihr habt eine 15% höhere kritische Trefferchance gegen verwundete Gegner, die mit Schatteninfusionen infiziert sind und die gemischte Schatteninfusion am besten Gegner, die mit Schatteninfusionen infiziert sind, erleiden 80 Sekunden lang 12% mehr nicht-physischen Schaden von euch, da wir ja quasi mit der Schatteninfusion auch Gegner infizieren, so wie auch Bosse, wenn Bosse dabei sind, machen wir 12% mehr nicht-physischen Schaden, wie zum Beispiel der Schaden durch Schatteninfusionen ist ja Schattenschaden oder auch von der Giftfalle machen wir Giftschaden, also das Ganze kann man auch sehr, sehr gut mitnehmen. Irgendwie kickt gerade Erkältung oder sowas rein. So, geht's weiter. Hier unten würde ich auf jeden Fall die Todesfalle mitnehmen, wir wollen nämlich Fallen in unserem Bild spielen. Platziert eine Falle, die nach 1,25 Sekunden scharf wird, kommen Gegner ihr zu nahe, aktiviert sie sich, explodiert und fügt jedem Gegner im Wirkungsbereich insgesamt so und so viel Schaden zu. Dann, Gegner werden bei der Aktivierung von Todesfalle zur Falle gezogen, auch ganz, ganz wichtig. Um Gegner quasi ranzuholen. Ihr macht quasi Todesfalle, dann die Giftfalle, die kriegen alle Falleneffekte drauf. Gerade gegen Bosse macht ihr dann auch noch extremen Nahkampfschaden, also super, super nice. Und wenn Todesfalle einen Gegner tötet, wird die Abklingzeit um nochmal 10 Sekunden reduziert. Abklingzeit hier generell 50 Sekunden, ja. Dazu haben wir noch einige passive Effekte. Zuerst das Anregung, Glückstreffer, es besteht eine Chance von 30%, 8 Energie zu halten, wenn wir einen Glückstreffer machen. Ziemlich gut, dadurch kriegen wir Energie zurück. Dann, wenn Gift oder Todesfalle aktiviert werden, wird eure kritische Trefferchance gegen Gegner, die verwundbar sind. Verwundbar heißt ja, dass Gegner 20% mehr Schaden erleiden. Und zum Beispiel durch unsere Einstichfähigkeit, die wir ganz am Anfang als Basisfähigkeit haben, werden Gegner verwundbar sind. Oder unter Kontrollverlusteffekten leiden. 4 Sekunden lang um 12% erhöht. Kontrollverlusteffekte machen wir zum Beispiel mit der Giftfalle, wo wir die Gegner niederreißen. Oder mit dem Schattenschritt, wo wir die Gegner betäuben. Oder halt auch mit dem Einstich, wo wir Gegner verlangsamen. So, dann Nachwirkung, das Verwenden einer ultimativen Fähigkeit, was in unserem Fall Todesfalle ist. Stellt 25 Energie wieder her. Dadurch kriegen wir ein bisschen Energie zurück. Ist ziemlich nice. Und Adrenalinrausch in Bewegung ist eure Energiereneration um 5% erhöht. Das haben wir aber nur gesgilt, um an Hass zu kommen. Wenn ihr mindestens 50% maximale Energie habt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Wenn ihr weniger als 50% maximale Energie habt, erhaltet ihr 15% Angriffsgeschwindigkeit. Heißt, wenn wir eh gerade am Laufen sind und unterwegs, also quasi neue Packs suchen, sollten wir Energie regeneriert haben und kriegen 15% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn wir aber im Fight sind, egal ob so oder gegen Bosse, kriegen wir dementsprechend 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit, weil wir eigentlich die Energie in dem Moment ausgegeben haben. So, als ultimative oder zentrale passive Fähigkeit haben wir hier die Belastung. Wenn ihr einen Gegner, der von einer Fallenfähigkeit betroffen ist, direkt einen Schaden zu fügt, besteht eine Chance von 25%. Die aktiven Abklingzeiten eurer Fallenfähigkeit um 20% zu reduzieren, was ziemlich gut ist. Dadurch zählt die Gift- und die Todesfalle. Und Blendgalan zu hinterlassen, die so und so viel Schaden verursachen und Gegner 0,5 Sekunden lang betäuben. Das Ganze mit dem Betäuben-Stack natürlich mit allen Effekten, die zum Beispiel CC geben, wie hier die Fallenbeherrschung, die ja auch unter Kontrollverlust-Effekten macht. Und Gegner zu stunnen heißt natürlich auch, dass sie uns keinen Schaden machen, was für uns ziemlich, ziemlich nice ist. Ja, das zu dem Fähigkeits- und Baum kommen wir nun zu den Paragon-Baum. Kommen wir nun zum Paragon-Baum. Ich bin zwar erst Level 64, aber viele haben sich unter den anderen Guides gewünscht, ey, Motte, zeig doch auch gerne den Paragon-Baum. Und das mache ich hier zumindest so weit, wie ich das geskillt habe. Also, ich bin hier den rechten Weg gegangen, weil ich mir dachte, mehr Schaden ist besser als mehr Death. Und 20% mehr Schaden schmeckt nochmal enorm. Die 160 Int gehen quasi passiv von alleine hoch. Und hier habe ich die erste Rune nämlich näher reingesockelt. Und in dem nähen Bereich, also hier in dem näheren Bereich, habe ich immer wieder geguckt, dass ich quasi auf Geschicklichkeit komme. Und meine Geschicklichkeit runen nochmal, oder hier generell auch nochmal einen kleinen Boost mitgebe. Hier links habe ich auch nochmal 5% mehr Schaden mitgenommen, weil alles, was so Richtung 5%, 10%, was weiß ich, mehr Schaden geht, oder hier 20%, solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen habe ich hier einmal die rechte Seite und die linke genommen. Auf der rechten Seite kriegen wir auch nochmal Schaden für die Fähigkeiten des Typs Meuchelns, was unsere Kernfähigkeit ist, also die Schraubklingen. Und wir bekommen nochmal ordentlich Rüstung dazu, ziemlich, ziemlich nice. Heißt, diese gelben, dicken Bubbles könnt ihr eigentlich immer ansteuern, wenn ihr noch ein paar Punkte über habt. Ziemlich gut. So, dann bin ich hier weiter nach oben gegangen und habe zuerst den Baum Tödlicher Hinterhalt genommen. Ihr fügt Gegnern, die von euren Fallenfertigkeiten betroffen sind, 23% mehr kritischen Trefferschaden zu. Und grundsätzlich in dem Baum haben wir viele kleine Felder. Ihr seht, die Fallenfähigkeiten oder Schaden gegen Gegner, die von Typ, die vom Fähigkeitentyp des Typs Falle betroffen sind, mehr Schaden, also machen wir, hier haben wir auch nochmal den Fallensteller, wo wir auch nochmal mehr Schaden an den Gegner machen und die Fallen generell mehr Schaden machen. Das habe ich auch auf jeden Fall mitgenommen. Das werde ich hier links und rechts auch noch mitnehmen. Hier unten bin ich mir noch nicht ganz sicher. Muss ich mal gucken. Und ich habe hier auf jeden Fall den Torf reingepackt. Hier muss ich noch auf 25 Stärke kommen, in diesem roten Bereich. Ihr seht, Voraussetzungen in Radiusreichweite erworben. Also quasi Radiusreichweite bedeutet, alle, die hier in diesem roten Radius sind, Stärkepunkte in diesem Fall, oder hier unten Geschickpunkte auch mit dem roten Radius, zählen quasi dazu. Und hier muss ich noch gucken, dass ich da die Stärkepunkte voll bekomme. Dann werde ich hier noch die ganzen Fallenpunkte mitskillen. Hier auf der rechten Seite auch. Und werde dann wahrscheinlich hier in die rechte oder linke Seite gehen. Ich denke mal hier auf die rechte Seite, damit ich hier unten auf jeden Fall auch noch skillen kann. Hier links haben wir zwar auch noch einen gelben Knoten, ist aber wieder nur ein defensiver Knoten, der Widerstände gegen Gift gibt und maximales Leben. Ich möchte aber mehr Schaden durch meine Fallen haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier links hinskillen und dann hier in diese rechte Richtung gucken, dass ich hier 25 Stärke voll bekomme und dann irgendwann hier zu diesem Tor komme. An dieses Tor werde ich dann zuallererst den Jäger oder das Jägerhandwerk anhängen. Eure Präzisionsfähigkeiten, was ja quasi unser Einstich ist, verleihen eurer nächsten Meuchelfähigkeit, was quasi Schraubklingen sind, 25% mehr Schaden. Und andersrum auch, wenn wir Meuchelfähigkeit und danach Präzisionsfähigkeit machen, gibt es das auch nochmal ordentlich Schaden on top. Heißt, wenn wir immer Linksklick, Rechtsklick, Linksklick, Rechtsklick machen, kriegen wir immer 25% mehr Schaden. Auch generell, diese Tafel hier sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Wir haben ziemlich viele Effekte, die uns nochmal Schaden, zum Beispiel gegen Elite-Gegner geben, aber auch hier Schaden gegen entfernte Gegner, was vielleicht in unserem Fall jetzt nicht die beste Alternative ist, wobei wir wollen ja gegen Gegner Schaden machen und dann Entfernung aufbauen, sodass die Schraubklingen über einen großen Zeitraum oder einen großen Distanz zu uns zurückkommen. Und hier oben haben wir sogar auch noch Schaden gegen Nahgegner. Also wird das auf jeden Fall der zweite Baum, den ich nehmen werde. Und wenn wir dann hier oben quasi hingehen oder zum nächsten Baum, also wir können die Tafel ja auch drehen, wenn wir wollen, würde ich dann so drehen, dass ich quasi den mit dem Schaden auf Nahgegner, also hier quasi dann rübergehe, dann quasi hier hin, skill, hier unten hin, also hier, ne, ich gehe hier erstmal hier unten lang, skill quasi das und dann gehe ich hier oben, nehme das dann mit, nehme dann den Glyphen-Punkt mit und werde dann hier in die obere oder rechte Richtung gehen und werde dann die nächste Tafel anhängen. Die nächste Tafel danach wird dann sein, dass ich, wo haben wir es? Ihr fügt Gegner in der Nähe, die unter Kontrollverlusteneffekten leiden, 5% mehr Schaden zu, bis zu maximal 25% wird dann in diese Richtung gehen und danach würde ich gegebenenfalls auf die Schwäche ausnutzen gehen. Da ich noch nicht Level 100 bin, kann ich nur nicht sagen, wie viele Tafeln man am Ende spielen kann, aber das wäre so die Reihenfolge der Tafeln, die ich auf jeden Fall spielen würde und auch die Paragon-Punkte, wie ich sie ungefähr verteilen würde. Ich mache auf jeden Fall zu einem oder zu jedem Bild, wenn ich Level 100 bin, nochmal ein Video, wo ihr euch die Paragon-Punkte ganz in Ruhe nochmal angucken könnt, wenn ich quasi alle verteilt habe. Kommen wir nun aber zum Gear. Kommen wir nun zu den Items. Ich würde mit dem Amulett anfangen. Wenn ihr Gegner, die unter euren Fallenfähigkeiten leiden, also durch Todesfalle oder Giftfalle, Schaden zufügt, besteht eine Chance von 75%, sie 3 Sekunden lang verwundbar zu machen. Verwundbarkeit brauchen wir für unser Bild auf jeden Fall und hier haben wir eine ziemlich, ziemlich gute Chance, Gegner mehr oder weniger dauerhaft verwundbar zu machen, weil wir immer wieder Fallenfähigkeiten spammen und sie so verwundbar machen, wodurch sie mehr Schaden nehmen und einige unserer Effekte noch getriggert werden. Dann haben wir noch, wenn ihr einen verwundbaren Gegner direkten Schaden zufügt, wir machen ja Gegner zum Beispiel verwundbar hier durch, Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 45%, sie für 2 Sekunden lang benommen zu machen. Wenn Gegner benommen sind, können wir sie mit unserer passiven Fähigkeit wieder niederwerfen und kriegen dadurch wieder erhöhte kritische Trefferchance gegen sie. Also hier schon mal eine ziemlich nice Kombination aus Amulett und Helm und generell unseren passiven Fähigkeiten. Auf der Brust sorgen wir dafür, dass wir ein bisschen weniger Schaden bekommen, denn wenn wir eine Basisfähigkeit, in unserem Fall ist es ja hier Einstich nutzen, kriegen wir 2 Sekunden lang 20% Schadensreduktion, also 20% weniger Schaden aus allen Quellen. So, dann haben wir hier einen ultimativen legendären Gegenstand, so nenne ich das Ganze einfach mal, Schattenbehörung. Die hat den Effekt, wenn ihr einen verwundbaren Gegner mit einer Präzision oder Meuchelfähigkeit, Präzision ist quasi Einstich, es steht quasi unter Rang 1 von 5, Präzisionsfähigkeit und dass die Schraubklingen, oder die Schraubklingen sind Meuchelfähigkeiten, wenn wir hier durch quasi Schaden zufügen, besteht eine Chance von bis zu 29% einen Schattenklon zu beschwören, der unsere Angriffe nachahmt, also kriegen wir einen Schattenklon, der nochmal ordentlich Damage raushaut. Schattenklon ist ja quasi unsere ultimative Fähigkeit, also so ein Typ rennt hinter uns her und macht Schaden. Das Ganze zu 29%, was ultra, ultra, ultra gut ist, wenn wir verwundbaren Gegnern Schaden zufügen. Verwundbar werden sie ja zum Beispiel durch unser Amulett oder durch Einstich selber. Kommen wir zur Hose. Ihr erhaltet 4 Sekunden lang 0,4 Rüstung, wenn ihr Schaden einer, oder wenn ihr Schaden verursacht, das Ganze bis zu 100 Mal stackbar, also bis zu 40% mehr Rüstung. Und durch Rüstung selbst kriegen wir ja quasi weniger erlittenen Schaden, was ultra, ultra nice ist. So, dann kommen wir zu den Schuhen. Schattenschritt hat eine zusätzliche Aufladung, das ist ja quasi diese Fähigkeit, wodurch wir über die Gegner hinweg springen können, erhöhte kritische Trefferrate bekommen und Gegner auch noch betäuben. Dadurch sind wir erstmal mobil, weil wir deutlich große Sprünge machen können oder größere Sprünge. Und wir stunnen Gegner, wodurch wir wieder andere Effekte bekommen und zusätzlich kriegen wir noch Crit Rate. Und das Beste ist, wir kriegen dafür nicht nur eine zweite Aufladung, denn wenn Schattenschritt einen Gegner tötet, kriegen wir direkt eine Aufladung zurück und der Schaden von Schattenschritt wird 2 Sekunden lang um 5% erhöht bis maximal 25%. Also wenn wir einen Gegner töten. Ziemlich, ziemlich nice auf den Schuhen, finde ich sehr geil. Gerade schon alleine für die zweite Aufladung und dass wir Aufladung wieder zurückbekommen, sehr, sehr nice. So, dann kommen wir zur Armbrust. Schraubklingen umkreisen euch für kurze Zeit, nachdem sie zurückgekehrt sind. Das heißt, wir setzen Schraubklinge auf den Gegner ein, die bleiben 1,5 Sekunden lang stecken in dem Gegner. In der Zeit machen wir 8% Schaden, bauen Reichweite auf, stellen möglichst viele Gegner zwischen uns und den Schraubklingen. Die Schraubklingen kommen zurück, fliegen durch alle Gegner, wir kriegen Abklingzeitreduktion und danach umkreisen sie uns und wir machen noch AOE-Schaden. Und zwar verursacht das 28% des Rückkehrschadens von Schraubklingen. Je nach zurückgelegter Distanz der Schraubklingen bei der Rückkehr, verölt sich der Umkreisungsschaden auch bis zu 56%. Heißt, je mehr Schaden wir zurücklegen mit den Schraubklingen, umso mehr Schaden werden sie um uns herum machen, was ziemlich, ziemlich nice ist. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir noch einmal, das hatten wir schon, einen Ring, stellt 3 eurer Primärressource. Primärressource ist quasi hier unsere Energie. Wieder, wenn ihr einen Gegner mit Kontrollverlust-Effekten belegt, wie zum Beispiel, wenn wir über sie springen und sie stannen, wenn wir, ähm, was hatten wir noch, wenn wir sie benommen machen durch zum Beispiel unseren Helden, wenn wir sie slowen mit Einstich, wenn wir sie niederstrecken und, 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 kriegen wir immer 3 Primärressource wieder, wodurch wir quasi dauerhaft volle Energie haben, wenn wir gegen große Gegnergruppen kämpfen. Und der Einsatz einer Wendigkeitsfähigkeit verringert die Abklingzeit auf der nächsten Täuschungsfähigkeit. Wendigkeitsfähigkeit ist bei uns einmal der Schattenschritt. Ihr seht es oben in grün, Wendigkeit und Täuschung ist bei uns einmal die Giftfalle. Auch da seht ihr Täuschung. Das Ganze pusht sich also nach oben. Wenn wir eine Wendigkeitsfähigkeit einsetzen, also Schattenschritt, verringert sich die Abklingzeit unserer nächsten Täuschungsfähigkeit, also Giftfalle, um 20%. Der Einsatz einer Täuschungsfähigkeit erhöht den Schaden eurer nächsten Wendigkeitsfähigkeit um 13%. Heißt, wenn wir Giftfalle machen, macht Schattenschritt auch noch mehr Schaden. Wenn wir mit Schattenschritten Gegner töten, kriegen wir eine Aufleitung zurück und kriegen eine Aufleitung zurück. Also ziemlich, ziemlich nice. Auch das ist eine gute Kombination aus den Schuhen und dem Ring. Dann haben wir noch einmal eure Kernfähigkeiten. Verursachen 38% mehr Schaden, wenn ihr drei Kombo-Punkte ausgebt. Die Kombo-Punkte seht ihr immer hier drüber. 0 bis 3 und immer, wenn wir quasi Einstich benutzen und Schaden machen, lädt sich ein Kombo-Punkt auf. Wir haben aber noch eine Fähigkeit, nämlich wenn ihr eure Basisfähigkeiten mit dieser Waffe haben, eine Chance von 30% drei Kombo-Punkte zu erzeugen. Heißt, wir schießen, machen irgendwo Schaden, kriegen einen Kombo-Punkt und zu 30% sogar drei Kombo-Punkte. Mit Kombo-Punkten selbst seht ihr, wie soll ich es zeigen, ungefähr hier auf der Höhe, kriegen wir noch einen Damage-Boost auf die Fähigkeit und wir kriegen danach Bewegungsgeschwindigkeit für, wo steht es? Wir kriegen auf jeden Fall einen Bonus auf Bewegungsgeschwindigkeit, was ziemlich, ziemlich nice ist. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, diesen Dolch noch zusätzlich mitzunehmen und hier kritische Treffer mit Kernfähigkeiten erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit für 5 Sekunden um 19%. Wir haben ja generell sehr, sehr viel kritische Trefferchance. Deswegen habe ich das auch noch mitgenommen, damit wir grundsätzlich ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit bekommen. So, kommen wir zu Sockeln. Ihr könnt ja Waffen sockeln, Ringe sockeln und Amor sockeln. In der Amor, also in den vier Rüstungsteilen, Helm, Brust, Handschuhe, Hose und Schuhe, würde ich jeweils Topaz reinmachen. Schadensreduktion, während ihr unter Kontrollverlusten, Kontrollbeeinträchtigungen leidet. Also wenn wir irgendwie gestunt sind oder so, kriegen wir weniger Schaden von den Gegnern, was ziemlich, ziemlich nice ist, weil eigentlich können wir nur Schaden bekommen, wenn wir gestunt werden oder nur erheblichen Schaden. Sonst heilen wir uns immer ganz gut gegen, durch den passiven Effekt. Und ja, wenn wir gestunt werden, stehen wir auf einer Stelle und werden einfach verhauen und dadurch kriegen wir dann hier durch die Topaz nochmal weniger Schaden. Sonst könnt ihr auch Rubine reinmachen, dass sie mehr maximales Leben zum Beispiel hat. Kann man natürlich auch machen. So, dann in die Schmuckgegenstände packen wir Totenköpfe rein, wodurch wir mehr Rüstung erhalten. Mehr Rüstung heißt, wir bekommen weniger Schaden. Und in unsere Waffen bekommen wir kritische Trefferschaden gegen verwundbare Gegner. Mit den grünen, ich glaube, es sind Smaragde. Und da wir ja durch das Amulett zum Beispiel eh sehr, sehr oft Verwundbarkeit machen, kriegen wir dauerhaft erhöhten kritischen Trefferschaden. Ihr solltet gucken, dass ihr auf euren Waffen immer zwei Sockeln habt. Ich habe hier teilweise gar keine Sockel. Ich weiß, mein Gear ist noch nicht optimal, aber ich bin ja auch noch ordentlich am Leveln auf 64 und bin auch noch immer wieder am Ausprobieren, welches Gear gut ist und dass ihr theoretisch in jedem der anderen Teile eventuell auch einen Sockel habt, wie zum Beispiel den Ring oder den Armorteil. Kann ich nur empfehlen. Mehr Sockel gleich bessere Stats, gleich besseres Durchkommen. Ja, das auf jeden Fall zu den Ausrüstungsteilen. Kommen wir nun einmal zum Gameplay, wie sich das Bild spielen lässt. Um das Bild ein bisschen vorzustellen, bin ich mal in meinen Lieblings-Level-Spot gegangen und zwar Uldurs Höhle. Wenn ihr da wissen wollt, wo genau das ist, guckt doch mal mein letztes Video. Da habe ich da einen kleinen Leveling-Guide zu vorgestellt oder wo man am besten leveln kann und den Spot der Höhle gezeigt und auch vorgestellt, warum die Höhle so gut ist. So, wie lässt sich jetzt das Bild allerdings spielen? Also wir wollen im ersten Fall gegen Aoe-Gegner viel Schaden machen und natürlich gegen so kleine Minibosse wie hier. Im besten Fall ziehen wir mal alles schön zusammen, legen dann eine Falle. Oder zwei Fallen und hauen da auch immer gerne die Infusionen dann noch mit rein, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Sonst, ja, machen wir einfach Schaden. Wenn wir viele Gegner um uns rum haben, können wir eine Falle legen, Schraubklingen immer benutzen. Wenn ihr die Schraubklingen benutzt habt, am besten so viel Reichweite zu den Gegnern aufbauen, wie es geht und zwischen euch noch ein paar weitere Gegner stehen haben, damit ihr schön Abklingzeitreduktion bekommt. Das Ganze macht übertrieben viel Schaden, wie ihr hier schon sehen könnt. Und ihr seid sehr, sehr mobil. Das Ganze ist super, super einfach zu spielen. Zumindest finde ich. Man muss natürlich ein bisschen reinkommen. Aber sonst ist das Ganze super, super easy, super, super angenehm und macht super, super viel Spaß. Gerade die Damage-Zahlen sind sehr, sehr hoch. Also Gegner kippen hier so schnell um. Gerade wenn ihr noch Fähigkeiten anhabt, ja, könnt ihr das Ganze machen. Wenn ihr seht, eure Energie fällt zu sehr, könnt ihr mit Linksklicken ein paar Einstichfähigkeiten machen. Also quasi hier die Schwerter werfen. Ihr seht schon, hier, wenn ich die Schwerter werfe, kommen drei Stück. Und immer, wenn ihr mit zwei Schwertern quasi einen Gegner trefft und dabei noch krittet, kriegt ihr noch ordentlich Energie zurück. Sonst bekommt ihr durch euren Ring auch ordentlich Energie zurück. Wenn ihr auf meine Energie schaut, ihr seht, die geht zwar schnell runter, aber die kommt auch schnell wieder nach oben. Und ja, wir machen halt verdammt viel Schaden an den Gegnern. Und das Ganze natürlich nur zu empfehlen. So, wenn wir größere Gegner um uns rum haben, können wir hier die Todesfalle benutzen. Und wenn ich quasi eh nur in der Durchreise bin bei den Gegnern, also hier haben wir ein größeres Pack, dann mache ich das meistens so. Ich lege hier die Todesfalle hin, lege die Giftfalle, mache nochmal Infusion, haue zwei, dreimal rein und dann gehe ich schon weiter. Die Gegner sollten durch das Gift eigentlich schon sterben. Ihr seht, alle sind hier durchs Gift schon gestorben. Wir können schon mal weitergehen. Und selbst wenn die Gegner nicht sterben, sterben 99% der ganzen Gegner und den Rest cleaveen wir dann einfach im nächsten Pack mit um. Und so sind wir eigentlich immer in Bewegung. Also Pfeilen legen, Gegner vergiften, Schraubklingen reinhauen und weiterlaufen. Gerne auch immer die Leertaste benutzen, also hier quasi das Entrinnen, um schnell weiter voranzukommen. Und so könnt ihr dann auf euren Gegnern, die ganzen Gegner oder auf eurem Weg, die ganzen Gegner mitziehen und eine Menge Schaden zusätzlich machen. Hier haben wir noch so einen kleinen Miniboss, den nehmen wir natürlich auch. noch mit, auch der fällt ruckzuck. Ihr seht, zack, ist der kleine Miniboss tot. Und ja, das Ganze lohnt sich. Wir kriegen extrem guten Damage Reduction oder kriegen relativ wenig Schaden, teilen relativ gute Schellen aus und sind dabei sehr mobil. Was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Ich liebe dieses Bild. Ist aktuell mein Favourite, so wie ich alle Builds getestet habe. Sehr, sehr nice. Ich werde das Ganze noch verbessern und werde es euch in der nächsten Zeit vielleicht nochmal vorstellen. Und solange ich das mache, testet doch gerne mal Holy Energy und schreibt auch gerne einen Kommentar, um vielleicht beim Gewinnspiel zu gewinnen. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so war, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen, Anregungen oder nur für den Algorithmus, gerne einen Kommentar in die Kommentarbox. Und tut mir zwei Gefallen. Erstens ein Follower auf YouTube oder ein Abo auf YouTube. Zweitens ein Follower auf Twitch, Links in der Beschreibung. Drittens kommt auch gerne auf meinen Discord-Kanal, um noch mit anderen Leuten oder neue Leute zum Spielen zu finden, kennenzulernen. Und viertens, habt eine Menge Spaß in Diablo. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.